Starten. So, nochmal. Starten! So, wir haben's. Ja, Lukas erklärt, was hier los ist. Ja, wir spielen 3 vs. 3 und es gibt eine wunderschöne Internetseite, die nennt sich Ultimate Bravery und die gibt einen Random Build zu einem Random Champ zu Random Masteries, Random Summoner Spells. Und es gibt einem vor, was man zuerst hochskillen soll. Kurze Frage. Darf ich mir auch davon abweichen? Also, Dorons kaufen? Das weiß ich nicht. Egal, dann muss ich diese Items. Ich muss mir das Item erstmal suchen. Du nicht! Okay. Ich fang einfach mal an. Auf guten Glück. Das geht alles kacke. Sehr schön. Ja, und ich hatte das Glück Face-Roll die Sinn zu erwischen mit Clarity. Das bringt mir zweimal so ziemlich hart. Oh, oh! Ich hab übrigens Lubi Brand mit Clarity und... Ja! Ja! Was ist das? Keine Sorge, schützt dich. Oh, I got a shield! Apropos, hier, ich hab... Du brauchst Clarity, warte, komm her. Ich hab Zombie Brand. Komm her. Juhu! Schön, die Summoner, ist auch cool. Ich hab übrigens... Was zur... Oh mein Gott! Warum? Was checkst du? Langeweile! Warum? Was macht so einen Unterschied? Alter, hör auf zu treuen! Ich hab' nicht mehr. Natürlich gewinnen wir das. Hallo, wir haben Face-Release in und Nubi Blank. Ich bin ja gar nicht, ich weiß nicht. Meine Masteries waren noch übrigens 30-0-0. Das weiß ich nicht, das ist der... Da bin ich nicht zugekommen. Ist dir die Masteries der 1 zu 1 drunter? Äh, da steht nur, wieviel du in welchen Buchen rein-skillen sollst. Toll. Cool. Und was macht man, wenn man auch nicht ansatzweise soviel Skill-Points hat? Und auch keine Ruhe? Kannst du deinen Devil einstellen. Okay. Äh, das muss ich als erstes hoch-skillen. Der Counter-Juggled mich einfach. Und dann macht das einfach. Okay, ich konnte das leider nicht skillen. Äh, mein Mana-Manipulator ist ziemlich hilfreich für die Dual-Dain, die ich hier habe. Ich spiele mal Level 3, äh, Level 2 werden würde. Ich hoffe, ich habe endlich mal einen nützlichen Spell. Der Udi kommt schon wieder angekrochten, dann geht es los weg. Da schnurren wir mal auf Butler in Level 2. Na hier. ainstelltund so. so jetzt geht's ab wo klärt nice von wegen hier ungesehenen Altar machen und er hat sie nicht mit einem CV gerechnet sie sind ach sag ich muss es ist so ehrlich ehrlich gesagt nicht ganz was wir beim Teleport anstellen es keine Wads gibt dann nicht mit dem Teleportieren könnte Teleportiert nicht mal schnell Botley händen ich mag es aber so aus Langeweile weg Prozent du darfst jetzt oben das ist ein bisschen das ach nein es darf ich das ein davon er war aber nicht so witzig ja was ist der von Tim was erwartet der hier ist Prozent Nein, der Renekton hat mich kurz ein bisschen gedeiht. Nein, es ist ein maler Manipulator. Mein Gott, ich habe nicht mehr genug für diese scheiß Laternen, sonst scheit. Du kannst gerne hier den Renekton diiven. Ja, ja, mit meinen 200er Architech, das ist ja sehr gut. So, friss Autotext. Ich habe schon Angst, ich könnte nicht vernünftig weiterdrehen. Vernünftig weiterdrehen. SS! SS! Alarm! Hauptsache, ich stelle heute für den Bekannten das Handy um. Weil irgendwie das Handy immer um 0 Uhr klingelt. Ich lese nur so Alarmbezeichnung. Alarm! Nein! Das war ja zu erwarten, aber bitte! Oh mein Gott, hinterher, wir dived und failed. Oh mein... BASINGA! Kriegt er dich mit dem Ignite? Hier ist übrigens ein Renekton, genau da, da. Ich ping ihn hier. Kannst du bitte nochmal genauer? Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Da ist er. Ja, ich habe kein Dings mehr. Da ist er. Da. Da. Lass mal meine Lernv in Ruhig, komm wieder. Okay. Ich habe Leck, 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 ich kann dagegen nichts tun. Alter, weißt du, weißt du, was ich gerade überlege? Wie hieß nochmal mein Item? Ja genau, Stephen King. Was? Stephen King? Ich weiß auch nicht, in meinem Kopf heißt mein Item, was ich mir ans Nächstes kaufen muss. Stephen King. Ich weiß nicht genau wieso. Welchen Zusatztitel? Dit? Zusatztitel? Ja, Stephen King's Ass, oder was auch immer. Stephen King's Item. Mittlerweile läuft der Jungle, seit ich das Jungle Item habe. Ist es ja gut, dass ich mir jetzt zwei... Ist was tatsächlich ein Jungle Item dabei bei dir? Zwei. Wie, zwei? Meins ist nicht ganz so nützlich. Danke. Ey, der niedetet nicht was rum hier, Udia. Nein. Nein. Amp. Brauchst du vielleicht was zum Springen? Kannst du noch Gold? Oh Gott, ich will mich. Ja, ich bin noch Gold in den Befahrern. Du sollst mich noch ein bisschen sparen. Amp. Wieso konnte ich mein Weh nicht machen? Das ergibt keinen Sinn in dieses Spiel. Du hast noch nicht Level 6. Wie soll ich denn bitte Level 6 sein, wenn du meine Lane zwischendurch hältst? Natürlich war ich noch nicht Level 6. Und dann Level 6. Hey, Udi, geht mir auf den Geist, kann man nachher mal herbekommen und die bitte aus meinem Jungle rauskicken? Ich hab Angst! Ich hab auch egal, ich hab mit 15 Sekunden wieder Clarity. Ist alles gut. Oh Gott. Wie heißt es, die Challenge nochmal? Was? Wie heißt die Challenge nochmal? Wie heißt die Challenge nochmal? Wie heißt die Challenge nochmal mit이지? Ui... Alte mit Braverie. Und zack, Clarity. Ich habe Ulti. Hier, ich supporte mein Bot. Fuck, ich habe einen Minion erwischt. Bring mal einer bitte meinen Botliner um, auch wenn der gerade überhaupt keine Probleme hat. Und hier so richtig viele. Obwohl, ihr schafft das ja tatsächlich. Ich habe gerade die Ulti reingepfeffert, nur deswegen. Und Brand-Ulti ist auch gut. Und gibt es Brand auch tot und jetzt gleich noch die SIN? Never. Ever. Backboard, Backboard, Backboard! Niemals, die hole ich mir. Nicht. Guck mal, eine Weile. Hallo. Oh mein Gott, mach mal Sicht, mach mal Sicht, mach mal Sicht! Oh mein Gott. Noch fünf. Ich habe kein Clarence. Ich habe kein Clarence. Nein. Boah, so close ey. Ich bin da hinterher. Was? Nein! Nice, nice escape. Krieg ich noch. Alter, ich hatte gehofft, dieser Active würde vielleicht irgendwas bringen von meinem Item. Nein. Die is loud nur. Ja. Mach mal den Minion weg. Boah, klar, der glitscht so nur an der Wand lang. Nämlich. Was wir mal Trio-Bot spielen, haben wir vielleicht eine Chance, äh, Top spielen, dann haben wir vielleicht eine Chance. Ja, sind die denn? Ähm. Das Problem ist, ich habe nicht ein Item, was mich annähernd Tanky macht. Das Problem ist, ich kann ja nicht mehr minimieren, ich muss das alles aus dem Kopf machen. Das ist richtig uncool. Ja gut, Trinity Force. Wenigstens irgendwas, was Leben bringt. Oh, Twin Shadows macht Magic Resistance, oder? Ach, die haben ja gar keine RP. Ehe, auch schade. Ja. Das geht doch wie eine Party. Ich habe das gemacht. Ja. Das geht doch wie eine Party. Ja. Ja. Das ist mein CV. Geh mich auf den Kopf. Okay, ich bin tot. Aha, verstehst du den? Verstehst du den? Okay, das war's. Ich bin tot. Und Spaß in... Der stirbt nicht mal, was ist das? Ja, und dann kommt ein episches... Das ist ja auch was. Ja, ja, episch vor allem. Der ohne stirbt nicht mal, ohne Witz. Ja, ich glaube, das Game wird schwieriger als gedacht. Ich kenn das doch schon, das kann nicht schwierig werden. Einfach in Tauern. Ein wildes Kack, ja, ich will einen neuen. Kannst du dein... Oder so? Re-roll! Kriege ich! Kriege ich! Machen die Sinn, Re-roll! Also die Creeps jetzt nur. Hab ich, hab ich Creeps. Hab ich! Bam! Wie cool, wenn ich Auto-Attack machen will, fängt er an, so wie ein Zombie drauf zuzulaufen. Weißt du? Zombie-Brand. Ach so! Oh! Ich dachte, äh... Drankfest wüsste. Fuck! Ich bin jetzt wieder tot! Gib einer hier! Mach ne, mach ne, mach ne! Wie denn hab ich nicht mehr? Muss den schon im Jungle benutzen, weil er mich sonst kaputt gemacht hätte. Hallo! Was? Ey, Tim, du bist scheiße! Ja, genau, Tim. Wir ganz hohe, ich sind. Geh ganz hoch! Da! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt kommt, äh... Ash Ulti! Ja, so wie letztes Game immer, ja. Das haben wir mit ihm gewonnen im Krieg! Die sind! Die sind! Die sind! Die sind! Die sind! Komm rüber! Komm rüber! Verdammt nochmal, komm rüber! Komm rüber! Puh! Nein! Das war knapp! Ja! Wir sterben können! Oh mein Gott! Der macht uns! Der tötet uns alle! Oh nein! Von wegen! Er tötet uns alle drei! Der legt grad nur sein Ulti aus! Okay! Mach ihn sichtbar! Bam! Oh oh! Hab was gefunden! Ja, nice! Go! 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 �ah! Go! Diru! Doppel! Du h tittullig! Der z testet, Hahahaha! Ja, und da haben die jetzt Zeitrand verschwendet. Das war also im Endeffekt worth it. Das ist alles unser Plan. Was? Ich hab dich ignoriert? Wie denn? Wann denn? Wo denn? So, fachliches Englisch. If your interest zeigt, it's was. Oh, guck mal. Wenn sich die Interesse zeigt, it's was. Wenn sich die Interesse zeigt, it's was. Wenn sich die Interesse zeigt. Weißt du? Wenn die Interesse zeigen können sie bei CBS Not Gaming auf YouTube gucken. Ja, sehr fachlich. Einige Scheisse, oder? Oh mein Gott, ich bin tot. Irgendwie sollte ich das mit den Kombos überlegen. Du kannst nicht sterben, hier. Konntest du dir nicht auf dem Setzen? Also, dass ich wenigstens ein Useful Summon der Spell habe. Welchen denn? Ich habe noch in zwei Sekunden kuh über die Wand Ich mach keinen Coo über die Fahne, ha! Bro! Ähm, was wollte ich... was... 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 was passend da ist? Ach komm! Nein! Sie sehn mich nicht, ich geh in Trimgode! Mach eh! 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 Nice, Dodge! Okay, nächstes Game-Spiel hab ich das hier wieder so... Ja, hier und das Ding, was du bringst! Wo hab ich denn ein Kind? Ach stimmt, ich hab die einen im Tower weggesnackt! Entschuldigung! Keine Sorge, Tim! Ich rette dich! Hey, helfen wir! Top-Leg, bitte! Okay, ich rette dich, glaub ich! Top-Leg! Top-Leg! Boah! Perfekt Kick! Um meine Weile! Siehste, ich bin noch... ich bin noch anwesend! Guck mal auf den Boden! Da! Ja! Ja! Ja, worth it! Worth it! Und jetzt töt' ich die noch, pass auf! Ha 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 ha! Hier schon mal scheiße mach, da muss ich doch auch irgendwie mitmachen! Ja, natürlich! Ich hab jetzt Angstgeschwindigkeit nur noch! Nur! Nur noch! Nur noch! Das einzige, was ich mir jetzt noch helfen kann, ist mehr Angstgeschwindigkeit! Ich hab aber sogar ein sinnvolles Item da drinne! Sei leise, das interessiert dir geil! Ja, ich auch! Also... Ja, ich hab eigentlich sogar zwei sinnvolle, obwohl Trinity Force geht so! Ah, das Juggle-Item ist schon sehr hilfreich, oder so! Sag, ey! Ich hab ja nicht mit meinem Cooldown gerechnet! Der so hoch ist! Fast getroffen! Okay, weiter, alles wird weitergejunglert! Okay, weiter, alles wird weitergejunglert! Oh, Sir! Bitch, please! Ist schon ein Wunder, dass wir drei Kills haben, unglaublich! Ich glaub, die sind alle nur, weil Udi gedeift hat! Ja! Ja! We're baited! We're baited! We're baited! We're baited! Ich fall drauf ein! Clarity! Ja! Ja! It's about sending a message! Nein! Oh, Manno! Ich hab da all meine Wut reingelegt in das CV! Nieder mit dem Minion! Nieder mit dem Minion! Okay, ich mach jetzt Willem mal Solo! C! Oh mein Gott! Attacke! Den kriegen wir vielleicht, wenn wir Glück haben zu dritt! Wir sind doch auch nur zu zweit! Das ist die Schwachstelle in meinem Plan! Nein! Komm! Geh drauf! Juuu! Weißt du, was ich jetzt sagen würde? On yudy, on yudy! Komm schon! Jetzt mach ich Plays, in dem ich mich wegteleportiere auf den Krieg, der da steht. Und dann brech ich's surprise-mäßig ab und es dunkt einfach nicht. So. Ich baite die einfach. Einfach zurückschießen. Ich baite die einfach. Stehst da? Dangerous! Hast du den Asse gekriegt? Ähm, warte, Tari stand da. Ne, Aclary, Discrity, Furi, Captain... Hey, ich kann die gar nicht holen! Oder Aclary? Hm, egal. Die Boots. Aclary oder so. Aclary? Das Sunfire Cape von ihm bringt mich rum. Was ist das? Was? Ich muss aber aufhören nicht zu verwenden. Nein, wehe. Komm Tim, die kriegen wir! Nein, die kriegen wir nicht! Uli ist auch noch da! Wieso bin ich jetzt hier betäubt, wenn ich meilenweit von Uli weg stehe? Wer seinen Betäubungsfein auf dich geschossen hat. Was macht's? Neeehh! Oh mein Gott. Ja, ohne Spaß, dann kommt auf einmal die Weih und unterbricht unseren Tag. Was ist denn mit dir? Wie kann die nur? We reported for interrupting and dance. Boah, ich hab mich zwar beim nur verschrieben, aber dann drückst du Pascal. Nein, 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 den will ich nicht, den will ich nicht, den will ich nicht. Was ist denn sch... Los, 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 los! Dancing! Killen wir ihn! Nein, 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 nein! Oh mein Gott, diese Meinung. Nein! Nein, warum?! Das ist's! Jaaaa! Los,�! Stehen wir ihn! Oh, gut, dass das deutsche sind. Hoff ich. Das Boot! Ja, einfach das Boot. BAM! Also es könnte auch DESS Booth sein. doch verschwende ich meine Zeit ganz ehrlich du verschwendest deine Zeit nicht du widmest sie uns äh Abonnenten oh mein Gott nein die heißt es doch Abonnenten jaaah Zombie Brand und die guckt sich so eine Zeitverschwendung an? ja natürlich aaaah 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 ein bisschen Dauer bisschen Dauer ein bisschen Dauer aaaah ein bisschen Dauer ein bisschen Dauer jaaah ich bin nach vorne rein ohne Spaß die war jetzt richtig richtig und joh ahaha ahaha erstmal ein Set bei Erinnerl gebt deine Postverroren Los, Arruin, ja! Guck mit dem, renn weg dem! Schleller, rennen! Wie sie trotzdem alles für die raushauen. Warum machen die sowas? Okay, ich teleporte da jetzt drauf und wir töten die Triple Kill. Los, 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 los! Los, 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 los! Los, 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 los! Bleib in W-Range, los! Ich bin tot! Okay, das war's! BAM! Seriously, not gaming! BAM! BAM! Fuck off! Ich will überleben! Ich lebe! Ich lebe! Boah, wie wir sie outplayen! 3 good by me! Oh mein Gott! Los, komm, Rant! Nice! Ja, Udi hat alle Tode! Mein Mongo! Boah, der Stil war gottlike! Junge, einfach mit dem Kuh! Oh Tim, Tim! Du musst herkommen! Warte, Doppel, 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 Doppel! Das hält besser! Du zählst runter! 6... 3... 3... 1... Boah, nice! Nice! Full Mana! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los hier! Full Mana! Full Mana! Jetzt geht's los! Wow! Dead Place! Dead Place! Alter, warum haben wir Schaden? Was ist da los? Was ist los hier? Wir machen Schaden! Seit wann? Ich hab glaub ich den Champ gewechselt! Ist das so! Guck dir den Revectorn an! Wir machen tatsächlich Schaden! Lass uns was! Oh mein Gott! Da waren wir nicht! Weg hier! Weg hier! Hier! CV! Jetzt geht alles wieder! Alles ist wieder drin! Alles ist drin! Wir kamen CV! Alter wir haben CV auf unserer Seite! Was macht ihr? Warum dreht ihr um? Also ich bin tot! Wir hatten CV auf unserer Seite! Das waren 4 gegen 1! 2! Jetzt sagt ihr wir gewinnen das noch! Das ist hier mit CV auf unserer Seite! Was soll da passieren? Ich weiß jetzt aber grad nicht mehr welche Items ich kaufen muss! Also langsam hab ich alle nützlichen Items bei mir ausgeschöpft! Ich muss grad mal durchgucken! Welches Items noch dabei? Weil das war noch dabei! Wow! Wow! Das ist gut! Was zur Hölle? Warum wusste ich das nicht? Dieses Schwert! Moonflare's Painblade! Das ist gut! Warum sagt mir das denn keiner? Weil ich nie wusste das es nicht wirklich ist! Das du hättest du wissen können! Komm zurück 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 zurück! Ja! Wunderbar! Ich mach kein Damage! Ich weiß nicht woran das liegt! Ich bleibe ja den�sext! Du schenkst! Das ist nicht so ein sehr unbeschweiß! Ich habe ein sehr niedrig! Du hast weder Damage noch gegeben! Ist das richtig? Ja! Wunderbar! Dann nimmt man was! ah die wie du musst sterben mach mal bitte den Dings komm ran Schild oh keine Energie zum zurückspielen nein er hätte ich nicht mit dem Feuerwehr ja so war auch gebrauchten die die Kürzelt dort ja nicht bis zu ihr das ist illegal soll er töten nicht mein Gott wir sind so gut dass du glaubst komm jetzt Winning Push, Winning Push unten Fein fucker Winning Push einfach durchziehen ja Renekton ist tot, hallo? Jetzt können wir alles und vor allem ich hab in 40 Sekunden wieder Serena oh mein Gott wir kriegen sogar einen Tower lass mal Winnen unsere Wayne macht Damage das ist geplant ja ich hab auch eigentlich cool ich hab tatsächlich noch getroffen auf der Ecke oh mein Gott ja ich hau meine sämtlichen ja ich weg wollte meine wow 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 das kaputt wow Jürgen er hat die dritte Aktionen die 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 2.000 das ist auch nicht erst mal ich mache meine alte Bilder ich habe großartig der geht ab die 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 Jetzt kaufen wir was nützliches Ja gut, jetzt sind aber die nützlichen Tipps auch vorbei Jetzt geht's an Für mich wäre das sogar noch halbwegs gut Ja, wir tauschen die Ich möchte zu meinen Nein, wir tauschen nicht Das wäre Cheap Aber wir könnten durch das Cheap sogar noch gewinnen Das müssen wir da gerne in den letzten langen Ja, das wäre dann ja noch das Sieg und haben aber die Challenge nicht geschafft Ob soll ich das wäre, das wäre ein Gegner gewesen Runter, 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 Runter Ho, hoch, hoch Unter, hoch, runter, hoch, hoch Links, 2, 3, 4, runter, hoch, hoch So, es geht an Scheiße, wo ist dein Ulti hin, Tim? Ja, du bist ja gerade reingeflogen Ja, das habe ich gesehen, aber wo es jetzt ist Wir bräuchten zwei von deinem Ultis Oh, wie wir die gerade aufräumen, was ist da los? Ja, gehen wir zurück, was haben wir jetzt? Ich habe mir da mal einen Kugel getroffen Okay, Tim hat einen, los, wieder her Und krieg da Äh, Max, der Verteilige Baseball Ja, ich habe Clarity Also 10 Sekunden kann ich Baseverteidigung Ja, den gerade, ne? Ich slow down Tim, backboard Tim, backboard Tim, bist du backboard? Tim, bist du backboard? Nein, komm, gemerkt, wir haben hier kein Dauer mehr Ja, wie denn in 30 Minuten bin ich erst da? Obwohl, jetzt sind Minions da, alles gut Ja, also jetzt, ähm, ist das mein letztes nützliches Item Und jetzt geht's los mit der ganzen Scheiße Ich weiß aber wirklich nicht mehr, wie es noch weitergeht Doch, hier, Dings kam noch Episodes Zepter Ja, echt? Du hast nützlichte Items bei dir im Bild Halleluja, ich kaufe jetzt erstmal Magie-Magie-Schuh Sagen, ich hab Spaß an dem Spiel Also, wie ich gerade gebildet bin, könnte ich sogar vielleicht Damage machen Das ist schon, äh, erstaunlich Aber zumindest an den, äh, Minions mach ich damit Ich mach auch an den, den zu wenig Schaden eigentlich, aber Hier kommt die hoch, wen, wen, wen Wen, 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 wen Gibt's nen First Harder? Ja, der ist der Nein, denke ich, komm hier Hopp, 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 wait in wait Was zu wait in Hier, Clarity Warum gibt's ja ensuite keiner drauf? Keiner ist weiter drauf gegangen Warum? Warum sollten wir denn? Wir sind immer schon weg. Alter, wir hatten... Windshadows, kommt zu mir. Der ist sogar noch angehalten. Hätten wir gekriegt. Ja, aber der Udi hätte auch da irgendwo sein können. Naja, aber nicht. Du weißt du es vielleicht, dass ich den Busch verstecke. Wir müssen das sonst wieder schneiden. Und dann bindet das ganz schnell wieder. Der bringt mich um. Du oder nicht, du bist safe. Hopp da, hopp da. Ich springe auf den... Der kriegt dich sonst tatsächlich. Komm ran, ich bait ihn. Er baitet dich. Ja, aber knapp. Das Item hat uns in den Arsch gerettet. Das Item hat uns in den Arsch gerettet. Guck mal da. Max, geht da hin, Max, geht da hin, Max, geht da hin, geht da hin. Geh da hin. Oh, toll, den hat er aber verloren. Ey, jetzt wird es auch schon zu spät. Ich glaube nicht, dass es... Okay. Oh, toll, den hat er aber verloren. Neun. Geht tot! Warum, warum hat der? Ich bin 20 Sekunden ab, Tim, keine Sorge. Blade of the Root King, los! Fett noch ne reelles aus. In 5 Sekunden eröffne ich das. Keine Sorge. Aber das Blade of the Root King hat ganz schön gemacht, oder? Kuck malrenoge... Kannst du ulten? Kannst du ulten, kannst du ulten? Du hast refresh! Du bist in FEK! Nein, die� within ist haltend, wir müssen erstmal das genauуп elas. Ja, meinen Sie wirklich? Nein, holen Sie nicht. Ulti! BAM BAM Rain runter da Lock den mit viel Leben weg Lock den mit viel Leben weg Und jetzt cool und Damage Nice Ich geb den ne kleine Feuersäule runter Fuck ging nicht Ging nicht Keine Sorge ich hab meine Twin Shadows Jetzt könnte es nichts mehr passieren So Ein Item fehlt mir noch Wo ist es? Da Spirit of the Spectral Die Unendlichkeit kriege ich heute nicht mehr oder? So los meine Geister Töten sie Das könnte aber wirklich ordentlich was weißt Weg hier Weg %. Weg accessible Nach unten nach unten noch unten Es droht Ich sagte mich einfach zu schnell kaputt Hab da noch beim Tower, sonst hat der gar keine Chance Du musst auch Tower Damage setzen und jetzt Ren life and Avta Du was gegen Udi einfach, ich soll ihn noch ein bisschen Geh runter, Minion Devon, Dev gegen Minions, Dev gegen die Minions, Alter, wir verlieren Okay, okay Ja, bist du da klar, von Anfang an Ich spürt Oh, ich mach jetzt nicht mehr viel Oh lol, das geht nicht ja ganz schön, wenn ich die da einfach so durchkicke GG Oh, ich hätte Renekton als Freund Renekton, add to friend We reporten We für Also Unskilled Player Refusing to communicate with Team So So, wir müssen uns gerade mal die Ach fuck Ja, ich mach gerade mal hier von den Screenshot Weil ich hab gerade festgestellt, dass ich Einfach mal das Video beendet habe, ohne dass Also wir lassen die Audiodetail noch weiterlaufen Bis jetzt, also bis gleich Also bis Dann mach ich hier von noch einen Screenshot, den hinterlege ich dann dafür Okay, Halloween Special Nummer 2, fertig Nummer 3 kommt Bis dann Ciao